Hallo ihr Lieben, heute kommentiere ich mal wieder ein Reitvideo und zwar habe ich einfach so zum Spaß mal die L5 durchgeritten. Und ja, hier geht es auch schon los, ne? Mit aufmarschieren und grüßen, das will auch geübt sein. Er hebt sich dann nicht raus, das ist total super und ich glaube, es fällt ihm viel leichter eben nicht zu warten, bis dann noch drei andere Pferde aufmarschiert sind. Ja, weiter geht es auf der rechten Hand, direkt in die, ähm, dreifache Schlanglinien wollte ich sagen, drei Schlanglinien durch die Bahn, drei Bögen, so jetzt haben wir es. Ähm, ja, da kann ich irgendwie nicht so richtig was zu sagen. Äh, ja, wird rechts beendet. Genau, er kommt mir gar nicht so viel zu eng, das finde ich total super, das war ja sonst immer unser Problem. Jetzt kommt durch die ganze Bahn wechseln, Mittel-Trab, da muss auf jeden Fall noch mehr kommen. Ähm, ja, Vorbereitung war nicht so super, ich hätte ihn mehr aufnehmen müssen, ein bisschen mehr Spannung ins Pferd nehmen müssen, um dann auch was rauslassen zu können. Hier sehen wir dann den Schritt, durchparieren war bei A, dann geht es bis zu E, ich meine E oder B, bis zur Mitte der langen Seite. Dort heißt es dann jetzt links um. Bei X, die kurz kehrt nach links, die ist ein bisschen groß geworden und ein bisschen sehr, ja, hinten gelaufen, also ich weiß nicht, die fand ich jetzt nicht so super, die hat mich nicht überzeugt, aber die ging auch schon mal besser im Training, ähm, müssen wir einfach üben. Jetzt bei A heißt es gleich anhalten, rückwärts richten, so, warten wir mal, halten ist okay, ist fast geschlossen, hinten ein bisschen offen. Rückwärts richten finde ich auch in Ordnung, er ist kurz eng geworden, haben wir gut korrigiert, daraus wird das angaloppieren. Ja, ja, könnte schöner sein, es könnte alles ein bisschen schöner sein, ich bin sehr kritisch, aber es war okay. Der einfache Wechsel war schlecht, der war sehr über den Trab geritten, das üben wir auch noch. Angaloppieren war diesmal sehr viel besser, das aus dem rückwärts richten. Und dann kam jetzt aus dem Zirkel wechseln und auf dem, auf der, ach ich habe Sprachfindungsstörung heute, im Außengalopp bleiben. So, da rennt er mir sehr weg, sehr flott, ähm, ja, einfacher Wechsel, praktisch nicht da, es war ein schöner Übergang zum Trab, ein schöner Übergang zum Schritt. Angaloppieren, direkt nächste lange Seite, Mittelgalopp, den finde ich ganz in Ordnung. Da könnte auch noch mehr kommen, mehr Ausdruck, ähm, aber nach dem verpassten Wechsel und dem hektischen Angaloppieren und Mittelgalopp kommen, fand ich es in Ordnung. Und hier nochmal durch die Halbebahn wechseln, überstreichen, dann bei F zum Trab durchparieren, ja, sehr reingerannt, sehr reingerannt, nochmal aufmarschieren und bei X wieder halten und grüßen. Ich werde nochmal nachschauen, ob ich wirklich bei X halten muss zum Grüßen oder erst später. Alles in allem ist das natürlich ausbaufähig und ich werde weiterhin üben. In acht Wochen habe ich diese L-Dressur genannt und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen auf meinem Weg dorthin. Ja, bis zum nächsten Mal!